Servus Leute, mein Name ist Benjamin, ich begrüße euch auf meinem YouTube-Channel. Im heutigen Video zeige ich euch mein Fotoshooting mit wunderschöner Angelic. Wir werden ganze Location spontan aussuchen, also heute war gar nichts geplant. Kameraeinstellungen, die ich einstellen werde, werde ich einfach zu jedem Bild einblenden. Ich werde Canon 6D Mark II benutzen und mein Liebling Bokeh Monster 135mm 2.0. Wir fangen hier an, das ist unsere erste Location. Wie so hier, das ist eine Vitrine und sie wird auf dem Bild gelblich sein. Und dadurch, dass der 135mm starke Bokeh macht, wird das im Hintergrund richtig cremig und warm sein. Wir fangen langsam an und bevor wir anfangen, ich erkläre immer, wie ich mit meinen Modeln kommuniziere. Also jedes Mal ist es wichtig, wenn du Posen tust, immer auf den Finger achten. Also die Finger müssen immer offen sein. Wenn sie zum Beispiel jetzt irgendwelche Posen macht, wenn sie sich hier haltet, immer aufpassen, Finger offen halten, das ist sehr wichtig, das sieht elegant aus auf den Bildern. Und im Hinterkopf muss man behalten immer, dass du eine Lady bist. Immer Brust nach vorne und Hals hochziehen, das sieht immer interessant aus. Also ich fotografiere immer über Display, automatische Gesichterkennung und das funktioniert wunderbar bei dieser Kamera. Okay, mach mal die Haare nach vorne komplett. Beine ganz leicht überkreuzen. Genau, genau so entspannt stehen und hier die Seite ein bisschen zählen. Genau, super. Ja, perfekt. Nur die untere Hand, die sieht bei dir so aus. Ja, genau, genau. Eins, zwei, drei. Super. Jawohl. Lippen ganz leicht auseinander. Perfekt. Sehr schön. Dreh dich mal bitte seitlich zu mir. Ja, genau. Beim seitlichen Posen ist es wichtig, dass man immer auf hinteren Beinen sich positioniert und Po ein bisschen nach hinten drückt. Das sieht interessant aus. Ich hoffe, man kann mich hören. Eins, zwei, drei. Genau, der Blick ist super. Stell dir vor, dass ich ein Video mache und bewege sich für ein Video ganz leicht. Perfekt. Sag Bescheid, sobald du frierst. Also Leute, macht euch keine Sorgen. Ich bin warm und gezogen, also ich friere nicht. Okay, eins, zwei, drei. Perfekt. Bauch einziehen. Eins, zwei, drei. Oh ja, sehr schön. Super. Wir wechseln die Location, kann sich anziehen. Zur Zeit ist es wirklich schwierig zu shooten, weil es ist saukalt draußen. Also heute ist minus sechs, ich zeige das. Und deswegen machen wir das ziemlich kurz. Also mein Model zieht sich aus, vielleicht für ein, zwei Minuten. Wir machen ein paar Bilder, dann gehen wir weiter zur nächsten Location. So sieht es bei mir immer aus. Es sind so viele Sachen dabei für Videos. Wir werden momentan von mehreren Kameras aufgenommen. Also ich mache mein Hauptvideo mit Sony A6000 und mein Kameramann hat DJI Pocket 2 in Hand. Es wird alles mit dem gefilmt da meistens. Und ich benutze das Mikrofon vom Roden. Hier oben haben wir unsere nächste Location. Das ist wieder Laden. Ich zeige euch, was man da machen kann. Es ist saukalt, Leute. Also nur deswegen müsst ihr uns ein Like geben. Auf jeden Fall. Ja, so bleiben. Perfekt. Eins, zwei, drei. Perfekt. Hand ein bisschen tiefer. Jawohl. Ja. Jetzt stell dich mal gerade. Ich mag manchmal solche Posen zu machen, wo Leute sagen werden, hey was soll das? Was ist das? Zum Beispiel jetzt machen wir eine Pose, wo die Hand hinten wird. Wir haben schon so ein Bild gemacht vorhin mit Angelique. Das war letztes Jahr Sommer. Und da haben viele gesagt, hey was soll das? Ich habe keine Hand. Aber das sieht interessant aus. Hand nach hinten. Eine, ja. Und eine hängen lassen. Eins, zwei, drei. Genau. Perfekt. Bleib mal jetzt richtig gerade stehen. Einfach gerade. Beide Hände hängen lassen. Okay. Po nach hinten. Eins, zwei, drei. Perfekt. Ein bisschen seitlich zu mir drehen. Nur Schultern. Ja, genau. Super. Sehr gut. Oh, ein bisschen aufstreck. Ja, genau. Zu mir drehen. Zu mir drehen. Perfekt. Wir haben jetzt ziemlich cremiges Bokeh, weil Häuser sind ziemlich weit von dem Model. Okay. Jetzt gerade stehen. Ellbogen hier. Genau. Was ihr bei dieser Pose achten müsst. Also das Hand immer. Macht niemals so zum Beispiel. Das sieht immer unrealistisch aus irgendwie. Einfach Hand entweder hier unten dran oder am Körper. Das sieht immer besser aus. Okay. Ellbogen weiter reindrücken. Genau. Eins, zwei, drei. Mach mal Haare nach vorne. Geht's noch? Also ich weiß nicht, Mädels, was ihr nehmt, aber wieso friert ihr nicht? Ja, Po nach hinten. Genau, genau. Super. Eins, zwei, drei. Hand einfach hängen lassen. Und jetzt hoch. In die Haare kannst du machen. Genau, genau. Super. Sehr gut. Dreh dich mal jetzt mit dem Schülter zu mir. Ja, genau, genau, genau. Richtig. Oh, ja. Super. Sehr gut. Eins, zwei, drei. Wir sind jetzt in der Tiefgarage umziehen. Alle Fotografen. Und Models kennen das, dass man sich im Auto umziehen muss. Leider gibt es momentan keine Möglichkeit, irgendwo ins Bad zu gehen, zum Beispiel umzuziehen. Deswegen müssen wir das alles im Auto machen. Ich habe auch ein Zelt, wo man sich umziehen kann. Aber zur Zeit ist es auch kalt draußen aufzubauen. Deswegen ziehen wir uns im Auto auf. Und Angelique sitzt jetzt im Auto, wärmt sich ein bisschen auf mit Sitzheizung. Weil ich denke, wenn wir weiter so machen, sie wird auf jeden Fall krank. Wir schütten weiterhin mit 135 Millimeter. Was ich immer bei 135 Millimeter beachte, ich mache meine Blende auf 2,5 oder 2,4. Ich stelle niemals auf 2,0. Weil auf 2,0 sind die Bilder nicht so scharf. Ich hoffe, man kann mich hören wegen der Lauter. So, hast du schon was ausgewählt? Ja, dann los und ziehen. Wir sind jetzt im Tunnel. Also wie gesagt, Angelique hat ziemlich helles Outfit. Wir machen das nicht lang, weil es ist auch kalt und sie hat keine Hosen an. Wie Minirock, aber das geht. Wie gesagt, der Hintergrund ist hell. Outfit ist auch hell und das harmoniert richtig gut zusammen. Ihr seht dann auf den Bildern, wie das aussieht. So, bleib jetzt gerade. Beine überkreuzen bitte. Oh ja. Sehr gut. Das ist der Moment, wenn man mit dem ersten Schuss geiles Bild macht. Eins, zwei, drei. Linke Schulter ganz leicht zu mir drehen bitte. Und Haar über die Schulter schmeißen. Perfekt. Eins, zwei, drei. Genau. Ganz leicht zu mir drehen. Okay, jetzt seitlich zu mir und stell dir vor, dass du mit dem Ring spielst. Ja, genau. Ellbogen ganz leicht nach hinten. Ja, super. Zu mir drehen. Jawohl, super. Mit Rücken zu mir bitte. Und du guckst jetzt auf eins, zwei, drei ganz langsam zu mir über die Schulter. Eins, zwei, drei. Zu mir drehen. 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 Jawohl, den Wind nehmen wir mit. Jetzt noch einmal wegdrehen. Und die Haare kannst du jetzt komplett nach hinten schmeißen. Genau. Auf eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drehen, drehen, drehen. Komplett, komplett drehen. Perfekt, super. Ich vermisse schon die Zeiten, wo ganze Bars offen waren. Dass man in die Bar reingehen kann und Trimbilder machen. Oh, vorne ist auch ein Bar. Können wir auch vorne machen. Ja, wir gehen dann nach vorne erstmal. Kannst du noch einmal sehen, wie du jetzt... Ja, genau. Ellbogen zusammen machen. Okay. Ein bisschen seitlich zu mir. Jawohl. Spiel mal mit Haaren. Beine überkreuzen. Mit beiden Händen kannst du spielen. Also kannst du die Haare so nehmen. Jawohl. Man kann hier mit beiden Händen. Mach sie so zu dir. Und rechte Hand machen wir dann die Talie. Rechte Hand. Genau. Eins, zwei, drei. Genau, 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 genau. Sehr, sehr schön. Kopf ein bisschen tiefer. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Kopf ein bisschen tiefer. Schau mal seitlich, bitte. So, Haare auf die Seite komplett. Eins, zwei, drei. Improvisiere einfach. Mach wie du möchtest. Zu mir drehen. Jetzt mit dem Rücken zu mir. Noch ein paar Bilder, dann kannst du dich anziehen. Es ist saukalt. Oh ja. Zu mir drehen, zu mir drehen, zu mir drehen. Jawohl, jawohl, jawohl. Hände hängen lassen. Eins, zwei, drei. Oh ja, sehr gut. Zu mir drehen, Schultern. Sehr gut. Noch einmal. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Kannst du dich anziehen. Wir wechseln jetzt unser Outfit. Ich werde sagen, das wird unser letztes Outfit sein. Weil wenn es so weiter geht, sie wird krank. So, wir haben das nächste Outfit. Wir laufen jetzt zur nächsten Location. Wir werden jetzt keine statische Pause mehr machen, sondern Angelique wird sich immer bewegen. Ich habe ihr gesagt, sie soll vorstellen, dass ich sie auf Videokamera aufnehme. Und sie soll einfach mal ganz sanftige und leichte Bewegungen machen. Mit Haaren spielen, umdrehen, zu mir schauen, seitlich schauen. Ich werde einfach mal die ganze Zeit fotografieren. Wir gucken mal, was rauskommt. Ich denke, die Posen werden ein bisschen lebendiger aussehen, dadurch, dass die nicht gestellt sind. Das ist unsere Location. Ich werde hier mein Modul in der Mitte positionieren. Und später werde ich eine Seite von dem Haus komplett spiegeln. Und dann wird es so aussehen, dass Angelique im Tunnel steht. Ich zeige euch, wie das aussieht. So sieht die Location aus. Also die Seite werde ich komplett spiegeln dann auf die andere Seite. Und dann wird es so aussehen, dass Angelique im Tunnel steht. Ja, kannst du so bleiben. Eins, zwei, drei. Perfekt. Ein bisschen rein. Ja, gut. Eins, zwei, drei. Jawohl, jawohl. Perfekt. Ja, so bleiben. Eins, zwei, drei. Jawohl. Sehr schön. So bleiben. Eins, zwei, drei. Okay. Geh mal in die Mitte auf der Strasse. Okay, stopp. Vor seitlich zu mir. Ja genau, jetzt ausstrecken und Schulter zu mir drehen. Okay. Mach mal Haaren über Kopf komplett. Geht das? Ja. Das sieht gut aus. Ja, perfekt. Lass mal Hände hängen. So bleiben. Ein bisschen mehr zu mir drehen. Okay. Noch Männer? Ja, jetzt vor aufstrecken. Genau, 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 genau. Sieht hammer aus. Eins, zwei, drei. Was ist mit dieser Hand? Wieso liegt dieser? Eins, zwei, drei. Ja, sehr, sehr gut. Gut. Schultern ein bisschen mehr zu mir drehen, bitte. Mach mal Hand am Nacken. Sehr gut. Das Handamt an die Talie. Jawohl. Eins, zwei, drei. Sehr gut zu mir drehen. Kopf ein bisschen tiefer. So. Ja, genau. Oh ja. Das ist ein neues Winkel. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Cool. Echt. Guck mal. Sieht hammer aus. Willst du dich anziehen? Ist dir kalt oder was? Ja. Okay. Jetzt noch ein paar Bilder. Lass mal Hand an die Talie. Jawohl. So bleiben. Kopf ein bisschen vorneigen. Genau. Genau. Genau, 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 genau. Noch ein paar Bilder, dann kannst du dich anziehen. Eins, zwei, drei. Schmeiß mein Haar ein bisschen auf das Gesicht drauf. Hier so. Der Wind. Zu mir drehen. Okay. Kannst du dich anziehen. Wir sind soweit. Also unser Shooting ist fertig. Es reicht für heute. Und unser Shooting ist fertig. Kannst du dich anziehen. Es reicht für heute. Egal. Mach aus. Peek. Tsch Parsee? Tut.